Hallo Leute, dieses Video ist über den Unterschied zwischen Phlepothrombose und Thrombophlebitis und eigentlich was sind diese Krankheiten und warum ist es wichtig sie zu kennen. Eine Phlepothrombose, wenn man das einfach sagen würde, ist Blutgerinnsel in tiefen Venen. Also wenn das ein tiefes Venensystem ist, haben wir hier zum Beispiel in der Vena Poplitae die Ausbildung von Blutgerinnsel. Also das ist Blutgerinnsel in einer tiefen Vene, in der Vena Poplitae und dann entsteht also eine Phlepothrombose. Wenn das passiert, kommt es zu einer Schwellung, also die Venose, Blut kann nicht aufwärts, deshalb entsteht eine Schwellung in der Extremität. Also die Schwellung, die Schwellung der Extremität ist eines der wichtigsten Zeichen, dass da vielleicht eine Phlepothrombose im Gange ist. Also ein wichtiges Zeichen ist Schwellung. Natürlich, es gibt auch andere Krankheiten, die mit Beinschwellungen, bei denen Beinschwellung ein, also in der Klinik vorkommt. Aber bei der Phlepothrombose haben wir auch Schwellung des Beines. Mit der Schwellung ist auch eine, die Haut wird also wie wie eine Glanzhaut und es kommt zu einer vermehrten Venenzeichnung und einer lividen, blaulichen Verfärbung des Beines. Die Patienten können auch Druckschmerzen haben und das Bein sieht also blaulich, also zianotisch aus, also eine zianose, also eine zianose und eine Schwellung der Extremität. Wenn man jetzt den Fuß flexieren würde, also eine dorsiflexion, würde man bei, würde man bei einer Phlepothrombose in der Wade Schmerzen, würde der Patient Schmerzen fühlen. Das nennt man auch ein Hohmann-Zeichen. Ein Hohmann-Zeichen und dieses Hohmann-Zeichen, wenn es positiv ist, dann müssen wir also an eine Phlepothrombose denken. Wieso entsteht so so eine Thrombose? Was sind die Risikofaktoren? Es gibt eigentlich viele, wie längere Immobilisation, Operationen, Nikotinabusus, Ovulationsschämmer, verschiedene Tumore, die einen hyperkoagulabilen Status auslösen und so weiter und so weiter. Aber alle diese Faktoren kommen am Ende auf drei wichtige Mechanismen, die also eine Entstehung des Blutgerinnsels in einer Vene auslösen. Und diese drei Faktoren nennt man eigentlich die Wirchhoff-Triade. Also die Wirchhoff-Triade. Oder das Wirchhoff-Trias. Der erste wichtige Punkt ist also, wenn es, wenn der, wenn die Strömung, Strömung des Bluts verhindert ist, wenn es da Probleme gibt, also wenn, wenn wir eine Stase haben, also bei einer Immobilisation oder bei, wenn, wenn der Patient längere Zeit das Extremität nicht benutzt, kann es zu einer Stase kommen und in diesen Verhältnissen kann sich ein Blutgerinnsel formieren. Dann, wenn es zu Endothelschaden kommt, also wenn diese Zellen, die die Wand der Vene auskleiden, wenn es zu ihren Schaden kommt, dann haben wir auch eine Möglichkeit, dass ich hier, wo diese Endothelzelle Schaden hat, kann sie zuerst hier ein Blutgerinnsel formieren. Also die Blutkaskade wird aktiviert und es formiert sich ein Blutgerinnsel. Und wenn wir Endothelschaden haben, wie zum Beispiel bei Nikotin Abusus, Nikotin schadet das Endothel, haben wir eine leichtere Möglichkeit für Blutgerinnselformation in den Venen. Also die Strömung, die Problematik der Stase oder die Veränderung der Stromungsverhältnisse in den Gefäßen ist der erste Faktor. Der zweite Faktor ist die Endothelschädigung. Also die Endothelschädigung. Und der dritte wichtige Faktor, der zu einem Blutgerinnsel führen kann, ist also ein Hyperkoagulabiler Status. Eine Hyperkoagulation. Wenn sich in unserem Blut die Faktoren, die für Koagulation sind, vermehren, kommt es also zu einem hyperkoagulabilen Status. Ein Beispiel ist, wir können Tumore, also Tumore, Malignome haben, die verschiedene Proteine produzieren, die so wirken, dass sie ein Sie bewirken die Entstehung eines Blutgerinnsels. Also sie wirken als Faktoren für die Koagulation. Das ist nur ein Beispiel. Und wenn es viele dieser Faktoren gibt, dann haben wir einen Hyperkoagulabilen Status, der dazu führt, dass sich ein Blutgerinnsel leichter formiert. Also das sind eigentlich Veränderungen der Blutzusammensetzung. Wenn sich jetzt Blutgerinnsel ein Blutgerinnsel formiert, dann, wieso ist es wichtig? Es ist wichtig, weil es am Ende, es kann aus den Venen rausschwimmen, also in das rechte Herz kommen und aus dem rechten Herz in die Lunge. Und es kann in der Lunge also eine Embolie auslösen. Und das ist das, was also den Patienten sein Leben kosten kann. Und wieso diese Phlebotrombose sehr, eine sehr wichtige Diagnose ist. Und wieso es ist wegen dieser Lungenembolie, ist es wichtig, sie zu erkennen und zu therapieren. Eine Phlebotrombose. Die Phlebotrombose kann man eigentlich, man braucht zuerst eine, natürlich nach der Anamnese und klinischen Untersuchung. Der erste wichtige Punkt ist der D-Dimer in der Diagnostik. Ein Test, der, wenn er positiv ist, dann, es kann sein, dass wir eine Thrombose haben, aber er kann auch bei anderen Krankheiten positiv sein. Aber das, also es sagt uns nur, es ist möglich, dass eine Thrombose da ist, aber wir können uns nicht sicher sein. Wenn der Test negativ ist, dann haben wir keine Thrombose. Das ist sehr wichtig. Wenn der Test negativ ist, haben wir keine Phlebotrombose. Die zweite wichtige Diagnostik ist natürlich die Sonographie. Also die Sonographie ist mit dem D-Dimer, damit können wir mehr als 90% der Phlebotrombosen erkennen. Am Ende kommt es also zu der Therapie. Die Therapie ist eigentlich, man benutzt Heparin für Antikoagulation. Dann benutzt man also Kompressionsstrümpfe und man benutzt auch Mobilisation. Also das ist grob gesagt die Therapie. Also die wichtigste Sache bei der Phlebotrombose ist, dass sie im Ende die Ursache für eine Lungenembolie ist. Am anderen Ende haben wir auch und die wichtige Sache bei der Phlebotrombose ist auch, sie geschieht in den tiefen Venen. Also eine Thrombose in den tiefen Venen. Am anderen Ende haben wir also die Thrombophlebitis. Also die Thrombophlebitis. Die Thrombophlebitis ist eine Thrombose und eine Entzündung, aber in den oberflächlichen Venen. Das ist sehr wichtig. Also diese Thrombophlebitis ist eine Entzündung und eine Thrombose in den oberflächlichen Venen. Also das ist die Vena safena magna und wir sehen hier ist die Entzündung. Und bei der Thrombophlebitis ist es, wir haben auch Schwellung, aber die Schwellung ist nicht so ausgeprägt wie bei der Phlebotrombose. Sondern vielmehr eine Rüttung im Areal der Vene und ein bisschen also über diesen Areal. Eine Rüttung und Schmerzen in diesem Teil wo die Entzündung stattfindet. Also vielmehr haben wir diese Entzündungszeichen als Zeichen, dass irgendwo ein Stau im Venensystem ist. Deshalb ist die Thrombophlebitis besonders die Thrombophlebitis, die unterhalb also des Knies geschieht, nicht so lebensbedrohlich und sie ist nicht lebensbedrohlich für den Patienten wie natürlich eine Phlebotrombose oder eine höhere Thrombophlebitis, die gefährlich ist, weil sie zusammen mit einer tiefen, weil sie viel enger mit den tiefen Venen zusammenhält als die Venen, die also unten am Fuß sind. Diese Thrombophlebitis, wenn wir eine Entzündung und Thrombose in Venen haben, die schon verändert sind, also in sogenannten Varikos veränderten Venen, nennen wir das Varikophlebitis. Also diese Vena Safena Magna, man sieht, dass sie diese knotigen Veränderungen hat und dann hat sie sich noch entzündet, dann nennt man das also, das ist eigentlich eine Varikose Vene und wenn sie sich entzündet, ist sie natürlich dann, dann haben wir einen Varikophlebitis in dem Bereich der Vena Safena Magna. Die Varikosenvenen entstehen durch, also eine Insuffizienz dieser Venenklappen in den Venen, also normalerweise fließt das Blut nach oben zu dem rechten Herz und die Klappen verhindern einen Rückfluss. Wenn Patienten dieses Mechanismus überfordern, also wie Patienten, die viele Jahre stehen, also im Rahmen ihrer Arbeit, kommt es also zu einer Insuffizienz und ein bisschen des Blutes fließt wieder zurück und es überfordert die Venenwand und es kommt zu Deformationen und diese Deformationen sind, was wir mit Blusenauge sehen, diese knotigen Veränderungen der Venen und wenn sich das am Ende entzündet, bekommen wir dann einen Varikophlebitis. Die Therapie dieser Situationen ist nicht-steroidale Antirheumatika, Kühlen, Mobilisation und wenn wir mit dem Ultraschall sehen, dass vielleicht auch tiefe Venen beteiligt sind und wenn wir eine Varikophlebitis oder Tropophlebitis, also die im Oberschenkel ist, sehen, dann natürlich auch Heparin. und wenn im Fall einer Varikophlebitis kann man auch eine chirurgische Sanierung machen und die Venen entfernen, aber dafür müssen die tiefen Venen in Ordnung sein. Das sind also die wichtigsten Punkte dieser Krankheiten. Man kann also sagen, dass die Thrombophlebitis eine sehr ernsthafte Krankheit ist und man muss sie ernst nehmen, weil sie am Ende den Patienten sein Leben kosten kann. Die Thrombophlebitis ist auch natürlich etwas, wo man bei dieser Krankheit muss man immer die Plebothrombose ausschließen. Aber die Thrombophlebitis ist eine Krankheit, die besonders im Unterschenkel nicht so dramatisch ist. Eine große Fläche, also wenn die ganze Vene, Vena safena magna, entzündet ist oder wenn wir Varikophlebitis haben, wo der ganze Oberschenkel beteiligt ist, dann ist das auch also etwas, wo eine Krankheit, die wir als Ärzt nehmen müssen. Vielen Dank.